Neues Spül, neues Spül, neues Spül, neues Mittel, wir spülen jetzt mal einmal durch, in Muchopan, da spülen wir jetzt mal hier die Typen raus, let's flush the mouth, wie man so schön sagt, neues Spül, neues Glück, ich bin noch nicht wieder ganz zurück, der Jetlag ist immer noch spülbar, okay, ich habe BR-Coins bekommen, warum, weiß ich nicht, ich habe eine In-Game-Challenge gewonnen, wie es aussieht, whatever that means, okay, da oben ist einer, ich denke, der kommt hier runter, da ist was Schönes drin, Ähm, okay, what the heck? Was ist Action? Das ist doch eigentlich ganz gut, ne? Ich habe schon die neue Super-Knarre hier, allerdings nicht, weil ich irgendwie ultra viel gezockt habe, sondern so schlicht und ergreifend Glück. Ich hätte halt gerne noch einen Scope. Links von mir ist, glaube ich, einer. Ich höre ein. Haben wir alles? Passt, oder? Komm mal! Was geht denn da draußen an? Ich mache das mal, ja, wobei, das ist ganz gut, glaube ich. So, jetzt können wir anfangen, die Typen zu smocken, mit dem Chalet. Wie kann ich hin? Okay, damit kann ich marken, okay. Ich brauche noch einen Button für... Das Ziel. Das ist Granaten. Ah, ich habe die Idee. Ich glaube, Einzelschuss mache ich mit Control. Ja, okay, passt, passt, passt. Das ist die Idee. Und das ist, glaube ich, ein bisschen. Okay. Okay. Ich strebe alles in ihr. Wir müssen los. Aber zügig. Wir müssen los, aber zügig. Wir müssen loswerden. Pfanne. Wollen wir nicht. Da kommt jetzt hier raus irgendwo. Ich werke. Ich werke. Okay. Ich bin glücklich. Aber ich glaube ich brauche lieber mehr Bandagen. Passt. Ich bin glücklich. Sehr gut. Na, das Equipment würde ich sagen passt. Der hat gutes Zeug für mich gelootet, der Bro. Danke dafür an der Stelle nochmal. Schauen wir mal, ob wir hier noch ein Auto finden haben. Ja, wir haben Unmengen an Wimedi-Stuff. Das brauchen wir aber wahrscheinlich auch. Warum? Weil wir wieder in Rondo sind und in Rondo ist das einzige was du machen kannst, ist dich heilen, Jammerpack nutzen oder ein Auto finden, weil hier alles so ultra weitläufig ist. schon nervig. Was heißt nervig, aber es ist halt die größte Karte, die es gibt. Und ich glaube sogar mit Abstand. Da vorne ist ein Auto. Da vorne ist ein Auto. Das ist gut. Nur aufpassen, weil wir sind mit Sicherheit nicht die Einzigen, die auf der Suche nach dem Auto sind. Wir müssen hier hören. Ruf aufs Gas. Komm mal da durch. Da kann man dagegen fahren. Wirklich? Das ist ja blöd. Okay, ich kann im Auto sitzen. keine Adrenalinspritzen und so weiter verwenden, weil die Taste, mit der ich den Motor ausschalte, die gleiche Taste ist, mit der ich auch die Adrenalinspritze aktiviere. Wir haben noch ein kleines Problem. Egal. Oh, 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 oh. Ich fahre richtig gut gerade. Wirklich? rot. Ich fahre richtig gut. Ich fahre richtig gut hier. Ich fahre richtig gut. Ich fahre richtig gut. einmal kurz chillen hier, auch wenn das kein gutes Eck zum chillen ist aber wir sind auf jeden fall jetzt mal an der zonengrenze, das wäre schon mal ganz gut Achter Scope und Shally ist natürlich schon eine gute Kombi Okay, ich sehe aber auch keine Gegner hier rumlurschen Alleine auf der Karte, oder was? Oh, da steht irgendwas, aber ich glaube nicht, dass es ein Gegner ist, dafür steht es zu still Jetzt von uns geht es ab Pfff, aber richtig Hier muss irgendwo sein Ich bin mir sicher, dass er auf mich zuläuft Es gibt ja quasi keine Alternative zum auf mich zulaufen Ich sehe ihn nicht Wir müssen durchs Wasser, scheiße Ich meine natürlich, schade Durchs Wasser müssen wir Und dann auf der anderen Seite ist es noch ein Problem Tut schon ein bisserl weh, ne? Bisschen auf die Lunge aufpassen, ja? Das ist gleich noch viel unangenehmer, als es ohnehin schon ist Okay, wir sind auf der anderen Seite Mehr oder weniger Der Typ Was ist das für ein Grafikbach, bitteschön Ey, schaffe ich das? Gut, geht ugly Gut, geht very ugly Die Zone ist noch ultra weit weg So, holster Hier steht noch kein Wind Hier spielt keinen Welt Wir sehen Ich decir, wir sehen schon Ich monuments Schmrom Was ura ist schon hart das ist wieder dieses Rondo Problem ganz ehrlich habe ich jetzt irgendwie rumgetrödelt nicht oder? also ich bin der Meinung dass ich jetzt groß rumgetrödelt hätte aber es ist halt Rondo ich habe auf den Typen ganz am Anfang gewartet den habe ich ein bisschen aufgelauert okay, ja, lasse ich gelten aber generell war ich nicht faul das Auto habe ich ein bisschen blöd versenkt das war mein Fehler, ja, okay, gebe ich auch zu jetzt langsam Zeit, um die Knappe rauszuholen jetzt tut es weh Leute, jetzt müssen wir rein naja, bitte das ist ein Ritz da steht ein Auto da steht ein Auto nehmen wir es mit, oder? könnte man doch eigentlich machen das überleben wir sowieso nicht wenn wir jetzt nochmal in die Zone reinfahren dann ja, ich kann immer noch nicht die Pain Killers nehmen weil mein Mausbind dazu nicht perfekt geeignet ist noch 11 vom Leben wollen wir uns normal auf die Zone machen? ja, ich schon, ne? als fieser Sniper von mir Artem sniped Granate doch nicht wo ist unser Sniper der AWM Sniper hockt der da oben auf den Berg? kann sein, ne? Risiko ist groß ich kann es nicht sagen wenn ja, dann habe ich ein Problem Heimscher hm der ist direkt vor mir der hat mich nicht gesehen ist der irgendwie wahnsinnig links von mir ist noch einer links von mir ist noch einer wo? der ist außerhalb der Zone weird der ist außerhalb der Zone der ist tot wahrscheinlich dieser klassische Zone dieser klassische Zonentod hier das könnte gut ja, genau da smoked einer gut, jetzt haben wir noch einen ich weiß, dass dir ja unten irgendwas ist Okay. Alter Schalter war das ein krasses Match Ich sag mal danke fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Es war mir eine Freude Macht's gut Ciao